kettensäge guck das an okay das ist ein sound so hier hallo und herzlich willkommen hier zur nächsten folge von satisfaktorie und jetzt viel spaß mit dem video und herzlich willkommen zurück mit diesem wunderschönen mondbild weiß nicht ist das mond oder irgendein planet oder was auch immer was ich mir überlegt habe mit diesem gras sammeln das ist natürlich schön aber das dauert ja ewig was wir brauchen ist eine kettensäge die können wir sogar machen also uns fehlt halt bloß noch was und was fehlt uns dafür ein kabel dann machen wir das noch mal ganz schnell und jetzt können wir uns die kettensäge machen beim 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 so super die erleichterung hoch 10 können wir eigentlich schon den besseren wir haben nur den xenos der war okay dann holen wir uns jetzt ganz schnell biomasse diese pallets und dann geht das große bäume schlachten los tut mir eigentlich schade um die kulisse ich werde vielleicht nicht alles weg machen so haben wir irgendwo ein container nein das setzt man schnell ein dass man hier ein paar sachen einfach entladen können so den lassen wir stehen für als symbol für die bäume kettensäge guck das an okay das ist ein sound na ja da würde ich sagen geben acht mehr unten durch haben wir da was ist der eine neue ist nicht so viel die tiere tue ich nicht so hier super so die kleinen kann man hier schon weg machen ach das ist ein sound geil da macht aber nicht nur die einzelnen bäume weg sondern alles im umgriff ist er hat es gesehen das heißt wenn ich jetzt hier den bäume weg machte auch das gras mit weg natürlich sehr vorteilhaft ist ja genau so hier ja und auch wenn ich jetzt ein kleines gras wegnehmen ach der nimmt alles in der umgebung mit weg hat sie hat sie hat mal hier ein paar sachen zusammen kann ich das mal weg machen ohne dem baum zuzustören schade 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 aber hier dann kann ich jetzt vollgas geben genau das ganze gras weg auch hier im wasser gewäss gibt das ganze ja gleich einen neuen drive schade es mal wie viel holz wir schon haben nachdem die pflanzen ja hier quasi nichts abhängig machen ja also es gibt hier weniger tiere oder sowas durch pflanzen das ist ja nicht die pflanzen haben eigentlich nur die funktion biomasse bereitzustellen die spenden auch nicht wirklich viel schatten gibt ja keine temperaturabhängigkeit und von daher mit ziel hier habe ich kieselsäure ok und auch die schnecke da drüben holen ah nicht genug platz müssen sowieso aus lernen gehen so schnell hat man alles schön voll geil noch nicht mal fünf minuten sieht natürlich jetzt ein bisschen nackig aus ne so da kommt das holz rein die frage ist ob wir das so hinstellen wollen ich würde das fast noch ein bisschen anders machen lassen mich mal überlegen wenn wir das weiter rüber stellen können wir den container auch weiter hinter stellen der container ist ja eh leer genau da steht da haben wir weg dann stellen wir jetzt der ist die konstrukte nehmen wir natürlich ich glaube ich habe jetzt kein draht der normale geht ja gut dann holen wir noch ein bisschen draht dann habe ich ja eben die ecke glaube ich ach den draht ja dann schließen wir das da an und dann denke ich können wir oder wenn wir das andersrum geht es andersrum sieht da eh keiner so kann man es doch auch anders hinstellen kriegt man dann noch das förderband hier wohin brauchen wir keinen dreier da reicht das eine schau an das ist ja cool setzen wir den container jetzt hier her ich hoffe ihr versteht mich gut weil ich in den einstellungen noch was vom sound verändert habe kam nämlich irgendwie leise rüber und das habe ich ein bisschen geändert so dann holt man den strom und wir machen die pellets da so können das natürlich jetzt anschließen dann würde ich sagen gehen wir da hier so oder wir machen das oder wir können es auch ganz hinterlegen hier wohl nachher später nach nach splitten ich überlege jetzt gerade wie ich zum besten mache immer die biomasse einfach nach hinten lege dass man dann hier vorbeilaufen ja ich überlege mir das kurz und bin gleich wieder da ich habe jetzt den weg gefunden ob das jetzt der optimale ist kann ich nicht sagen ja wir werden das alles so her setzen ich setze jetzt erstmal vier auf jeder seite dann haben wir nämlich 1 2 3 4 ein bisschen mehr als jetzt äh platten habe ich keine mehr dann muss ich schnell welche holen schauen wir erstmal ob wir hinten noch welche haben hier haben wir nur drähte drin hier drunter da haben wir noch wäsche so das ist weizen und weizen ist glaube ich das sind potatoes das ist weizen weizen so dann stellen wir den nächsten hier so und zwar immer so ein bisschen ein Stück auseinander dann nehmen wir uns den splitter drehen den so hin jetzt braucht er wieder kabel ich glaube kabel hatte ich gar keine mehr äh bodenduktion halt immer ganz ja mit der packing maschinen das ist auch noch was lustiges äh aber dazu einem späteren zeitpunkt mehr übrigens an dieser stelle vielen dank an die zuschauer die mich unterstützen die mir ein däumchen nach oben geben die mich abonnieren und ich freue mich auch über jeden der mein video anschaut und ich euch damit helfen kann eigene ideen zu bekommen oder euch zu inspirieren und ich würde mich auch gerne über euer feedback freuen was euch besonders in dem video gefällt oder wenn es etwas gibt was ihr kritisiert natürlich auch gerne ja und hier unten habe ich auch den disco kanal von mir verlinkt dann könnt ihr mir auch in disco schreiben vielleicht können wir auch mal das ein oder andere spielchen zusammenspielen ja liebend gerne und freitags bin ich immer auf twitch twitch da heißt ich plaksat 2 so wir bauen jetzt hier weiterhin strom so drehen wir aber jetzt andersrum wie weit müssen wir da jetzt weggehen wir haben hier ungefähr die mitte also müssen wir jetzt hier glaube ich herangehen ich weiß nicht ob das so hinhaltet probieren es einfach mal sind doch noch alles zu knapp dran schauen wir sind hier die hitbox immer aber auch dran gewesen das ist auch genau in der mitte keine ahnung wie sind das von hinten ist genauso auf die ecke also im prinzip habe ich es ja genauso gemacht aber gut man steckt nicht drin probieren was mal ob es jetzt geht ist lustig ne auf der seite geht es auf der seite nicht aber ich streite mich hier nicht lang rum ich setze es einfach eins weiter nach außen und dann genau sollte es so funktionieren doch noch eins darüber gerutscht es geht ganz schnell wenn man hier millimeter verrutscht schon schauen wir mal ob das so hin hat da ist ja gar nicht hin müssen wir nicht hin super jetzt geht es immer hier ein vierter band 2 dazwischen dann kriegt man den natürlich auch noch ein stück nach hinten ja es ist so zu Mäusel melden so jetzt passt so schon richtig genau alles schön ausgemittelt gehen nach weg ok so nachdem es aber jetzt nachdem er jetzt nicht wieder automatisch geht kein daisy ist naja muss man ja einen strommast her setzen jetzt machen wir den gleich da hinten hin jetzt machen wir den vielleicht da hinten hin jetzt machen wir den vielleicht da hinten hin gehen da rein und jetzt der liebe freunde aber wir machen dann einfach so ein band drüber dass wir drüber laufen können oder genau machen wir dann mit dem schredder dann würde ich sagen machen wir noch ein viertes machen wir noch ein viertes machen wir noch ein viertes so dann so jetzt wir hier hier jetzt wir hier 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 Ich glaube so passt es ganz gut. So, jetzt setzen wir hier noch einen hin. So, wir ziehen noch einen Strom vor. So, wir müssen jetzt machen, wie viel haben wir nach drinnen? Okay, jetzt schließen wir den Haffen an. Natürlich das schnelle vierte Band. Und ich würde sagen, wir gehen genau in die Mitte rein. Und lassen das erstmal volllaufen. Das heißt, wir müssen aber erstmal hinten das anschalten. So, es geht relativ schnell. Es dauert natürlich einen kleinen Moment, bis er das produziert hat. Wir verteilen das schon mal vor. Mal ein bisschen, das haben wir ja schon einstecken. Und da kommen die Pellets. Da kommen die Pellets. Juhu. Und sie gehen rein. Und sie produzieren Strom. Und es geht nach oben. Gut, momentan geht es nach oben. Wir machen die anderen gleich wieder weg. Aber hier, schaut es. 340, es geht aufwärts. Wir haben mehr Strom. Natürlich dauert es jetzt, bis die alle entsprechend kriegen. Aber jetzt sind sie alle angeschlossen. Und seht ihr, wir haben 400 Megawatt. Das ist viermal so viel, wie wir brauchen. Super. Gut, das andere macht nichts. Okay. Der erste ist ja schon leer gelaufen, oder? Das ist ja schon leer gelaufen. Das ist ja schon leer gelaufen. Gut. Dann haben wir jetzt Strom in Hülle und Fülle. Und ihr seht ihr, der produziert fleißig. Produziert das so viel oder was? Das ist noch das, was wir eingetan hatten. Okay, dann haben wir jetzt was für die Biomasse getan. Können wir in der nächsten Folge vielleicht noch ein paar nach vorne anschließen. Ja. Und ich bedanke mich fürs Zuschauen. Und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Dein Blaksert. Tschüss. 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 Vielen Dank.